Guten Tag. Was wollen Sie von mir? Ich denke, das wissen Sie. Lassen Sie mich in Frieden. Was fällt Ihnen überhaupt rein? In mir? Nein. Wohin? Ich muss Sie wegen Verdacht des Mordes in zwei Fällen und Mordversuches in einem Fall vorläufig festnehmen. Wollen Sie bitte mit? Ist Ihnen klar, dass Sie jetzt ein Kind umgebracht hätten? Ich wollte nur, was mir zusteht. Auf Kostenunschuld ja Menschenleben. Und mein Leben, mein Leben hat diese Firma ruiniert. Und dort Leiter, technische Leiter und habe denen ein neues Abfüllverfahren erfunden. Wissen Sie, wie viel Geld die damit verdient haben? Hunderte von Millionen mit meiner Erfindung! Ich binан